Erweiterte Audio-Einstellungen. Rominöse Summen. Och ja, lass das mal ausstellen. Kann ich gar nicht, verdammt. Oh ja, das ist schön. Hard-Arm in der Hardware. Game-Jay-Musik. Nehmen wir lieber die Level-1-Musik hier. Beziehungsweise, wir gucken mal ganz kurz, was ist das hier? Level-Up-Geräusch, okay. Höllenfeuer. Klingt natürlich auch super. Aber wir nehmen mal das hier. Ich mag die Musik. Erweiterte Spieleinstellungen. Alte Prototyp-Gedöns. Ponyklingen. Unbegrenzte Munition, geht nicht. Pony-Mobil, geht nicht. Freie Wille, habe ich nicht. Hm. Hm. Geht alles nicht, alles kaputt. Hab's kaputt gemacht. Äh, okay. Sicherheitseinstellungen. Erderliche Kontrolle, brauchen wir nicht. Äh, aus. Erlaubnis, auf Erden zu sterben. Oh, geil. Seine Fehlerberichte. Ist mir egal. Kannst du die Frage wiederholen. Schön. Passwort-Info gucken wir uns gleich an. Chatverlauf. Hi, Mammut. Nö, hi. Lucifer. Ich spreche nicht, ich schreibe. Das habe ich tatsächlich getippt. Ähm, Paul, Passwort, ja, okay. Ähm, Code-Speicher. Ja. Sind das Steam-Keys? Oder was sind das? Seine liebe Seele, nimm nur ein. Das würde mich ja interessieren. Warte mal. Sind bestimmt schon alle vergeben. Ähm, aber, ich probiere das einfach mal. Ähm, da muss ich mal ganz kurz hier das hier groß machen. Ich habe mal ganz kurz hier, kein, kein, kein Ding ans. Ähm, kein Sound. Nehmen wir den da. L, äh, Y, L, A, E, X. Ähm, man muss es ja mal ausprobieren. Hey, kostenlose, ne? Pony Island-Dick-Gedöns. Ist wahrscheinlich schon alles vergeben. Ähm, I, D, O. Ähm, X, E, E, X, 8. Ungueltiger Produktschlüssel. Okay. Also, ist gar kein richtiger Schlüssel. Dann ist ja gut. Ähm. Oh, du konntest ja mal ausprobieren. Ähm, Passwort-Info. Ups. Hab ich wieder rausgeklickt. Baphomet. Aha. Was ist das für ein Medusa da im Hintergrund? Ich hab keine Ahnung. Äh, okay. Zurück. Passwort. Baphomet. Korrekt. Siehe. Was? Nun kannst du eine von drei Fragen stellen. Wer war ich? Oder bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Wer hat mich getötet? Sein Name war Abu Al-Kindi. Er kämpfte für seine Stadt. Wann bin ich gestorben? Das reicht fürs Erste. Gib zurück. Zum Verlassen ein. Okay. Zurück. Hm. Start das Spiel. Das tut sogar mir weh. Hör auf, es zu versuchen. Und schau woanders. Ja, ne? Das denke ich mir auch immer so, wenn ich Overhold spiele. Ja. Ähm. Okay, anders Passwort haben wir nicht. Außer, vielleicht können wir das Passwort nochmal eingeben. Baphomet. Das reicht fürs Erste. Okay. Hm. Ach, ich will immer Escape drücken. Ich kann ja auch durch die Gegend schmacken. Das ist ja nett. Wo kann ich denn jetzt hier was suchen? Ich nehme nur einen. Wird das als Passwort-Eingeber irgendwie? Glaub ich nicht. Halt ich für sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht sollte ich mir dennoch einen aufschreiben. Für... Vielleicht brauchen wir den an anderer Stelle. Code-Speicher. Code-Speicher. So, wo habe ich denn hier mal... Hier habe ich einen Zettel. Was steht denn da drauf? Ach, noch von US-Enerdive ist Rätsel. Okay. Ähm. Stift, 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 Stift. Da. So, nehmen wir mal einen. Wenn das schon kein Steam-Key ist. P, P, M, 3, D, Bindelstrich, G, M, X, J, N, Bindelstrich, X, Q, V, J, C. Ganz kurz kontrollieren. Ja, doch. Ja, müsste richtig sein. Okay. Probieren wir das mal als Passwort. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber, hey. Irgendwas muss ja gehen. Ist auch beim Passwort tatsächlich auch nicht ganz so viel, ne? Ne. Ähm. Gucken wir mal. P, P, M, 3, D, Bindelstrich, G, M, X, J, N, Bindelstrich, X, Q, V, J, C. Sagt er das jetzt immer? Okay. Okay, also es ist jetzt derzeit tatsächlich nichts Passwortmäßiges. Guck hier nochmal ganz kurz, ob ich hier noch irgendwo was sehe, aber nö. Nö, 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 nö. Und ich jetzt hier einfach noch fünfmal sterbe oder so. Hartnäckig wie ich bin. Schreibt er auch schon gar nichts mehr. Okay. Hm. Wenn ich alles aufdrehe. Ah. Die Wellen erreichen dann vielleicht das Herz. Ticket was drucken. Okay. So, was hat das jetzt genau gemacht? Ich glaube nicht ganz so viel. Okay. Aber dann hat das irgendwas anderes gemacht. Irgendwas muss das doch rausgelöst haben. Wirklich nutzlose Option. Aha. Es gibt bessere Optionen. Ah, okay. Ähm. Gibt bessere Optionen als diese? Rettungsoption für Ponys. Cheater. Na, gar nicht wahr. Hast du so eingebaut? Ponylaser. Hey. Ich werde dich in meinem Spiel nicht cheaten lassen. Okay. Ähm. Weiter. Ne, warte. Das muss schon auf die nächste Ebene. So. Okay. Ja, da wäre halt nochmal so ein Punkt. Oh komm, ich treffe das. Oder halt auch nicht. Dann machen wir das halt nochmal hier. Warte mal. Dann muss das hier runter. So. Okay. Ich finde nett, dass halt, ne, die Musik immer lauter wird, wenn ich mich halt da ernähre. Ich will das jetzt treffen. Tut aber auch nicht. Ach, da unten ist so ein Ding. Ah, okay. Ich muss es also nochmal größer machen. Okay, wo muss ich hin? Ich muss da unten hin. Gut, das heißt, ich muss zuerst mal irgendwie da rüber. So, und da muss ich da rüber. So, von da aus muss ich da nochmal rüber. Ne, hier. Und dann da. Und dann haben wir's. Okay. Da, 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 da. Rechte Maus, das ist so, ich drücken. Ponylaser. Yeah. Gehe zurück und schalte das wieder aus. Du kannst damit nicht spielen. Ach, ich glaube schon. Verdammt. Verdammt. Ah, ich drück die ganze Zeit falsch, Taste. Haha. Easy. Gar kein Problem. Siehste? Gar kein Problem. Leckt ja auch nur ein bisschen. Dafür ist die Engine nicht vorgesehen. So. Okay. Oh Gott. Jetzt hab ich rausgeklickt. Nein. 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 Okay. Okay. Ich hab also auch ne Laseranzeige. Wenn das Pony leer ist, kann's halt nicht, ne? Irgendwie würde man also durchgehend strahlen. Ist halt nicht drin. Okay. Okay. Bin ich jetzt gut? Oder so? Es regnet. Können wir das schaffen? Ich weiß ja nicht. Hab da so mal ein bisschen meine Bedenken. Ich meine, das ist cool. Aber, ähm. Tatsächlich denk ich mir halt auch so. Hä? Hä? So. Nächstes Level bitte. Du, betrüger. Leide, leide. Untertitelung des ZDF, 2020